Tan, 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 dann, früß! Patrick, ich hab auch eines der Spiele von gestern hochgeladen. Ich...äh, hab schon gesehen. Musst das nur kommentieren und schlecht bewerten. Mach mal. Ja, mach ich. Ja, hab ich grad schon angemacht, Lena. Ja, sehr gut. Nachdem wir gestern das gewonnen haben. Richtig. Dieses eine Hammer Game hatte wir natürlich nicht aufgenommen. aufgenommen. Warum auch? Die geilste Stelle in seinem... Patrick. Lena, du bist sehr leise. Äh, ich bin halt auch die... Ja, so ist besser, oder? Ich bin halt auch die geilste Stelle in dem Fizz-Game, nicht aufgenommen, wo er einfach mal drei Leute gesucht hat. Echt? Ja. Na. Da ist dann noch... Boah, jo, krasser Ding gegen Fizz. More OP. Ja, more OP, Fizz, please. Patrick, willst du gegen Fizz? Nee, danke. Aber ich kann auch gerne gegen Fizz oder so. Darf ich gegen Fizz? Dann musst du nur junglen. Nein, ich spiele gegen Fizz und zerstört, ey. Wann hab ich einen Top jetzt? Seh ich noch gar nicht. Äh, ich denke mal Riven. Ach, okay. K6 Jungle, Lucian und Leona Bot. Guck mal, wenn das Spiel anfängt, ne? Bescheid. Hahaha. Lena? Ja? Sagst du mir Bescheid? Mach, mach. Danke. Wobei freundlich ist, wenn ich erst später drin als Robin, oder so. Ist egal. Ich bin dir so dankbar für das Ding, ne? Geht jetzt viel schneller. Ja, Mann. In der Zeit, wo ich eine mir sonst gedreht hätte, dreh ich mir einfach mal 5 oder 6. Irgendwer putzt hier von euch ins Mikro. Ne, genau. Oh, okay. Ja, hier ist doch nicht so... Was ist los? Du pustest immer so blöd ins Mikro. Na, hat mich daran. Dann hört ihr mich nur nicht. Ich kann jetzt ja was zu sagen. Halt ein Ganze zur Seite, Ademann. Nein, das ist, was ich meinen Kopf gesenkt hab, als der Schreie. Wollte nur wissen, von wem es stammt. Ich überkehre nur meine andere Nummer, mit dem ich denke, ich wäre weg. Ich wäre traurig. Da fangen wir normalerweise dieses komische Piepen im Hintergrund. Da fangen wir mal an. Da fangen wir mal an. Nein, er ist gegen Mühe, schnitt aber witzig. Ja Patrick, die Welt wartet auf dich. Das geht doch schon los. Maxım, bei dir warten wir auf dich. Ja, mir steht das... Ja eben, bei mir auch. Bei mir hat der Patrick noch gar keine Verbindung. Bei mir bin ich schon 100%. Okay. Ich habe aber auch 100%, irgendwas stimmt hier nicht. Und die Rüfen hat 20%, aber... Die Rüfen hat 98%. 98%. Okay. Du schaffst gerade, du knackst gerade die 66%, Max, du bist versachtig. Wolle ich jetzt ein Foto davon machen, das in die Gruppe stellen? Nein. Demokratie und so. Ich weiß nicht, dass du nicht so ganz schön bekommen hast, das alles komplett equal ist. Was das lustig ist, Patrick, ich habe mir schon auch schon nebeneinander sitzen. Ja, da sind wir da. Ja, da sind wir da. Ja, ne. Es ist total faszinierend, was so alles an seinem Chat steht und was bei mir an seinem Chat steht. Gleichzeitig ist das auch in anderer Reihenfolge und all sowas. Ein Ernstes. Ja, dafür habe ich mir die Zeiten eingeblenden lassen. Nein, ich meine im Teamchat davor, in dem Champ Select. Genau, in der Champ Select. Weil, bei mir, ich war ja am Patrick Select top, an der modernen... Ich nehme an Standort vom Top-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop mit. Da hat eine Art die Kappe geschrieben, dass man das erste aus Patrick gesehen hat. Obwohl wir eigentlich zeitgleich in die Champ Select gekommen sind. Ja, habe ich aber auch. Ich komme meistens immer als Letzter rein und sehe deswegen nicht. Deswegen frage ich ja immer Robin oder so, weil er immer der Erste ist, ob da schon was drinne steht. Hm. Aber dann kriege ich die ganzen kleinen Kinder in die Haare und dann wird es bei jedem anders angezeigt. Ja, aber selbst wenn Lena mal... Lena ist auch immer schneller mit dem Laptop im Chat als ich mit dem PC, was ich auch sehr interessant finde. Alter, ist das laut. Äh. Aber dann stehen bei ihr trotzdem Sachen, die bei mir... Ne, weil ihr nicht die Sachen, die bei mir stehen, auch so. Das passiert auch manchmal. Wir haben die in 8K-6 schon, ne? Dann gucke ich schon mal. Oh, Robin. Hi. Hui. Max, ich bin bei Cookies gerade auf so'n Scheiß-Update für die Side-Maschinen am Sparen. Ich bin bei Cookies gerade auf so'n Scheiß-Update für die Side-Maschinen am Sparen. Äh. Was macht das? Trice oder? Ja, ja. Ja, das sind immer scheißen teuer. Ja, das sind immer scheißen teuer. Lucky Max, das ich alle habe. Ja, per. Absolut. Alles. Am geilsten sind Edi Kittens. Das sind die geilsten. Katzen. Scheiß-Katzen. Oh, oh, oh. Ich lecker. Ach, okay. Ich bin mal nett. Wäre, wäre cool. Moment. Äh, ja, machst du, ne? Ja, ja. Kost halt nicht. Lena, weg. Lena, weg. Lena, weg. was ist der Fall? Ja, wer's nicht alles? Gehen, hau. Dann danke. Lena, weg. Ja, quer, mach' ich auch nicht, Ja, du bist zu tun, ist klar. Also, guck mal, die, das Leben von der Wurlangen성을 lenken. Du es einfach nur den deutschen Klick. Oh, ich hab' ja klar, man geht gar nicht mit dem 4.40, auf den Kursen was die Kassie das sieht aber gerade glaube ich mir daran dass ich nebenbei noch Kölfe fetsche und ehemalig kann sein dass ich gleich deine Hilfe brauche komm mal zu meiner Seite Alter die Städte meist kommen wir nicht dran die Städte kann auch nicht mehr gestorben er sich statt bei der Welt wird einfach nur da und hat nichts gemacht und dann als ich fast fertig war hat er mich angefangen und er kommt raus das ist traurig, komm her Cookie Time Ah, Lena hat die Cookie gegessen du Keksmörder ich halte eure Namen oh, nur an Minotaur sampen sind die und ich darf nur nicht sampen ich hab mich festgestellt Alter, nun jetzt lass mich in Ruhe ach nö, lass mich in Ruhe KZX du bist ja schon wieder da ich wollte jetzt sein Pass auf, mir um fehlt Pass auf, mir um fehlt ja, die E-Konstell ist doch da und mir einfach die XP in der Mitte die 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 naja ich hab das gesehen ok, ne den stehe ich jetzt nicht ich mach einfach nochmal und die sind und 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 believe hast du dein Mahn, Alena? nein, nein Oh, Knapp. Fast getötet. Passt. Passt. Ja. Oh, K6, Lena. Haaa, das hätt ich geahnt, ne? Komm mal, um den Blubuff zurückzuholen. Okay. Ich hab noch den Flash mehr. Da, Jonas hat irgendwas Stauberwort auf der Stelle. Da, da, da. Ja, ich hab's. Los. Bleib, du Schwuchte. Bleib, du Schwuchte. Komm, du. Gut. Da hast du. Do it like a frog. Do it like a frog. Oh, fuck. Oh, fuck. Hey, du kannst jetzt noch mal ein bisschen downpoken. Erstens, Lena. Hör auf die ganze Zeit, dein scheiß Mana auf, die zu geben. Was? Ich brauche Mana. Nicht die, den Silence. Aber je mehr Mana habe, dass du glücklicher bin. Für jedes Prozent Mana, dass ich schaue, dadurch mehr ein Kick. Ich mach meine Namen auf dich. Ja, ich hab's erst dreimal mitbekommen, dass ich Mana bekommen habe von hier. Jetzt stemmst du. Wenn du stemmen würdest. Warte? Ich, ich soll's brennen, das ist nicht gut. Jetzt wird sie da? Aber... Ja, das... Dank ich nicht. 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 Dank ich. Ja, du bist jetzt noch zurückgegangen. Ach, Six, komm nach unten. Nach unten? Nicht nach oben. Du. Da, da. Ja. Nee. Und dann äh! Energy! Energy! die hier ein gut die rufen ein 40 Leben ich habe nur die Welt und die Runde und sagt Bescheid ich kann nicht heilen die Nürzungen halb ich mich selber und alle Nein! Das gibt's nicht! Der super schreit doch einfach! Warum kannst du nach Überflug machen? Ich hab kaum Leben, aber ich kann's versuchen. Ab doch! Ab doch! Ab doch! Ab doch! Ab doch! Ab doch! Ne, ich hätte nicht so safen können. Ja, versuch auf den noch. Ja, ich hab den mal nicht. Ey, schmaltig. Krieg ich jetzt hin, ne? Ja, ich sag das nicht wegschreiben. Das Gleich ist wichtiger als alles andere. Wär cool geworden. Ehre! Geh, Axi? Oh, tschh! Okay. Hey, hab ich jetzt Axi so schnell da runtergekommen? Oh, schlasser. Immer schön shiften, immer flubflubflubflubflub! Ich bin dein Hund, Patrick. Ich lauf dir hinterher. ja um dort bei rechten auch der schöner schützt das ist ja nicht so kann sich wenn wir arbeiten hier ist es erst die wollen nämlich meinen Wert natürlich oder er wird dann noch nicht mehr ich hab Gold ja ich hab auch Gold erstmal meinen Puschen, wenn der Lucian jetzt kommt gut, sorry wie viel Schaden mach ich immer bis mal? 610 los, go! ok upsala, ich bin raus na ist gut dann wieder rein ich geh unten weg 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 wieso weg? nein, ich mein Lena hol Lena kommst dran jawoll, der ist unser deutsch? hast du noch ein deutsch? nein, ich komm nicht ran, ich komm nicht ran ich komm nicht ran ok, ja gut, ihr hättest uns eine Rolte gemacht oh, dann push mit dem Turm ja ja ich stein zum 1 reicht ja, in Berlin wäre er gestorben, also ja, das war knapp ich sag, der Turm will noch reichen ich sag, der Turm will noch reichen ja, Red Buff hat nicht ganz gereicht das ist es aber nice, sag mal ein Tower sag, sag, Robin, hättest du mal Bock uns zu besuchen? ne ach so, ja, ich mach mal ein Torn ja, es liegt daran, dass ich im Jungle die Heid war okay, was soll das schon machen? okay, was soll das schon machen? eine mega-gelen-Kombo ja, tue ich zur Kasse, die geht nach hinten und schlug jeder bei Zoller Spastis oh nein die kommt Gänken und Schöne zu holen okay, äh, ich hab den extra nicht reingelaufen ja, 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 ich hab den extra nicht mal ein Busch, das ist ja das Ding gewesen echt jetzt? ja ja, aber das erzählt zu keinen mehr bleibst du hinter uns das war wirklich interessant oh, Timmy, Timmy oh, Timmy ich komm ja, okay, dann pushen wir mal ein bisschen, ist nicht gut ja richtig ja ja die Luschen-Ulti ja, dich mir auch, diese Luschen-Ulti oh, nice keine Sitz ich hab Patrick geheilt hast du noch Teleport, Patrick? nee, Patrick hat seinen Teleport rausgehauen ja, hörte, dann geh ich nämlich topdeaf aber hey, der hat schon verkommen ich bin, äh ich komm zu dir, Timmy der Fisk kommt runter, ne? die hat mich angestiftet den noch ja, mach auf den Fisk? Hallo Jungs ach, ich sehe grad die kann der Massen auch weg, ne? oh, hat man mich schon getroffen äh, Timmy Timmy Patrick ja, ich muss da weg jeder Fisk heißt unter ja, der Fisk ist hinter mir, deswegen der ist unsichtbar und die Fisk ist hinter mir, der ist hier irgendwo ok Patrick, dann geh doch mal vor ja, ich hab aber noch keinen Dash das ist das Problem ich kann gegen ihn nicht verteidigen wir schreiten eigentlich laut, dass Riona kommt ja, ich hab's gesehen ja ja, nice nice endlich mal Gegner wurde getätigt ich weiß nur die ganze ich hab's auch aus ich geh nicht dafür gar na, kriegst du na, la, la kriegst du die? ja ja, nice na, top wird fallen ja, ja, ich kann nicht deathen ich bin nicht einfach da, da, man death da aber du kannst deathen eigentlich nicht, ich hab da ULT ja jetzt, aber vorhin was wieder unbeschäftigt komm, 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 komm ich heilen kann ich heilen kann ich heilen kann und Mana alles im Sinne alles im Sinne ok, Raven is missed ich komm in die Meteotops herauf ja, unten fehlt immer noch ja, mann das ja, mann das ja, mann das also, ich geh wieder runter ich geh noch ich hab ULT 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 übrigens ist mein erstes Mal mit Chen also, wenn ich Fehler mache sagt ihr Bescheid ja, du bist der Noob des Jahres äh, bitte geh dich irgendwie bei Raven begraben oder so okay ja, du bist echt äh sie wird der Mö ich will ich will ich will ich will ich will unglaublich viele nicht ganz okay das ist so was ist aber ich will ich will ich will ich will ich will ich will und hier oder ist dann trocken ja, dann kommen wir bestimmt ja, ja die hab ich jetzt gewordet was darf es ist hier ja, ich komm ja, ja wollen wir kämpfen? ja ich hab ULT okay, pass auf er ist wieder zurückgegangen in dem hier nein, nein ja ich hab ja nichts gesagt aber hey he 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 ja, Double Fail ist auch schön ich komm mit ja, ich weiß aber ich bin nicht ganz oben ich bin gar nicht gleich ja, sie sind oh hat sie die Reichweite? oh ULT ja, Lena uah, nein um hey, komm, 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 hier, komm, hier, komm, da, daopt. da ist das aber das ist einfach hey, in meiner auf die Gehlen einfach viel zu viel CC, es ist einfach so eklig Drei zusammenschein, lieber. Guck mal, der Kalliker denkt, der ist das so. Schau mal, der kämpft in den Wursch und der weiß, dass er irgendwo hat. Ja, vielleicht weiß er das ja auch nicht. Der ist doch in den Wursch, der sich reingeworfen hat. Das hat er nicht gesehen. Der ist auch so gut. Naja, er hat nicht weggeworden. Aber der Lungen trifft ziemlich von mir. Ja, der Lungen trifft von allem zu mich. Ah, ich hatte auch noch nicht gesehen. Nee. Der hat bloß sogar mal die Resistenz in seinen Runen. Ah, du nicht. Möchte ich nicht. Dafür habe ich einfach mal viel mehr Damage als würdig. Ich bin nicht komfortabler. Du hast ein Wursch mit dir. Ja. Jetzt schwindet es an. Im Wursch mit dir egal. Drake ist ab. Ich fahre mir gerade einen Wolf. Machst du auch schon den Wursch? Ja, geht. Weil es dauert so ewig. Ich hab noch den Weg. Ich hab noch... Ich hab noch... Ich hab noch... Ich hab nur Teleport bis jetzt, ne? Yes. Bad. Leute, pass auf. Duschen und Leona. Könnte einer mal runterkommen. Kasadin zum Beispiel. Ich kann auch runter. Ich hab Teleport, wenn's eng wird. Ja. Ja. Könnte ich nicht so vermuten. Ja. 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 Ja, ich hab... Was für eine geile Ulti! Was für eine geile Ulti! Was für eine geile Ulti! Was für einen! Warum nicht jetzt ein Black Screen? Ich dann auch! Wenn wir beide da sind, dann können wir falten! Aber nur dann! Das wäre die geile Ulti! Also save this Porter! Ich bin auf die Weg! Ich flasche da rein! Ja, ich versuch! Du bist Leona! Du bist Leona! Du bist Leona! Du bist Leona! Oh! Ragefield! Aber nice! Aber nice! War schon gut! Ja! Ich hab auch noch nicht schön gespielt! Ich liebe diesen... Mach deinen Job zurück! Oha! Oha! Ich dachte nicht! Aber hey! Komm ich halt wieder! Ja, guck dir mal an! Der macht dir keinen Schaden! Der Patrick! Der macht Schuldenscheiden! Du hast einfach nur verdammt viel Leben! Ja, okay! Für das Larry vor allem! Leuchst ihr vielleicht mal als nächstes Schub? Ja, das mach ich auch als nächstes! Was denn? Hä? Was? Na, Leute! Kann man nicht lieber! Max, was ist los? Wieso ist Max so los? Äh, hier! Rennen um dein Leben! Ah! Ich hab Schuhe! Nicht! Ich hab Schuhe! Also gibt es Triefhaus! Ja, super! Ja, super! Ja! Ich soll dir sagen, sag was du hast, weil du mich geulichst hast! Ja, was? Wir haben dich auch gefokust und der Lena aufgekladen! Ah, ne, du bist ja gestorben! Ja, er ist gestorben! Ja, ich auch! Ja, siehst du? Aber ich hab die so lange verbatet, dass, äh, ne? Ja, richtig! Guck mal, die machen Drache! War super! Die machen Drache! War super! Die machen Drache! Ist auch nicht da! Also, ich hab Teleport, ne? Wir haben den fertig jetzt! Äh, ich glaube, Lena stimmt! Wir haben den schon! Die töten dich jetzt! Die töten dich jetzt! Ich hab keine Ulf! Deswegen! Fuck you! Die töten dich! Aber, hey! Leona! Gott, die Leona! Wie ist die 5 da? Die ist die 5! Die ist die 5! Ok, dann geh ich mal den Topf anholen! Ich kann ja! Ich kann ja! Wie, wieder! Ich kann ja! Du kannst einfach mal robeln, weil die ... Enden nur um zurückgehen! Jo! So, gespottet! Äh, Kassati könnten zu dir kommen! Ja! Nö! 6.06 spenden! also er hat er in der Tat die sich jetzt ich weiß ja ich habe mich in der heutigen ja ja du hast du das jetzt gemacht und ich war mal das wird der Schaden hast du nicht das Leben das war auch so ein Riesengürtel März in dem Moment nicht. Die versuchen mich zu kehlen. Es ist so süß. Riven wollte mich gerade eins gehen. Lass mich einfach mal hin. Lass dich eilen. Die kriegen mich echt nicht dauernd. Komm. Nein. Na los. Drauf. Wo wollte ich mich denn hin? Ja. Ah. Dun dun dun. This change is so OP. Ich bin ein Towerkiller. Robin hat Spaß. Ich komm. Und drauf drauf. Und drauf. Nice. da ist ich könnte so gebrauchen Robben aber warum seid ihr da geblieben die grünen die Alta die die wieder mit dem Fall ist schon drin aber auch gegeben fahrrad alt aber was er der Max hat nichts endlich spielten Nö. Hat irgendeiner Max schon gesagt, dass Robin einen Führerschein hat? Nö, nö. Ja, dann sag den das doch mal nicht, weil Robin will den nämlich morgen überraschen. Nö, ich weiß nicht. Okay. 6.014, Patrick. Sehr schön. Schwach, schwach, wie sie nur 6 kämpft. Vor allen Dingen, der Jungler hat den meisten Farben. Ja, das fand ich sowieso erschreckend. Echt? Wir haben scheiße gefahren. Nein, wir waren einfach nur die ganze Zeit wohnen. Ja, und ich auch. Ich war eigentlich kaum auf der Top. Nur am Anfang. Ja, du wirst auch nicht am Mobil gewesen mit Teleport und... Ja, nachdem KZX mir meinen Rapper vergenommen hat, hab ich mir gedacht, fahr mich nur noch und mach nichts anderes. So, zocken wir doch rein. Jo, warum nicht? Damage taken. Aber ich kaum. Oh, Mann. Patrick, wir beide haben allein über die Hälfte aller Supports. Hammer, geil. Ja gut, wir haben auch beide zusammen... Ja, wir sind zusammen auch, ja, ja, klar. ... auch fast alle Kids. Ey, ich hab 9 Supports und ich war fast jetzt auf der Botlane, ja? Also Patrick hat 14. Ja, das war so schlecht gemacht, der Supports. Nein, ich hab 10. Selbst der Jungle hat 9, Lena. Ach, verdammt. Du killst jemanden. Kriege ich einen Supporter? Nö. Nö, das stimmt. Das hab ich auch gedacht. Denkst du, ich kriege...